servus meine freunde ja hallo freunde und ja heute mal kein unboxing video an der stelle jetzt ist es einfach schon drei jahre und sechs monate her genau auf den dienstag diese woche dass ich meinen youtube kanal gestartet habe und ich dachte mir einfach ich weiß dass eigentlich nicht so viel das was ich mache ist eigentlich gar nicht so viel aber es macht mir halt einfach immer noch sehr viel spaß euch videos zu präsentieren deswegen habe ich mir gedacht mache ich heute mal so ein besonderes video kein special video an der stelle und ich weiß gar nicht genau was ich euch so in die kamera halten soll an der stelle ich habe ein paar textboxen genommen und da mache ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen ja showroom oder auch ein paar kartenhüllen an der stelle und ich wollte heute eigentlich nur kurz ein video dazu machen und euch ein kleines update zu den themen oder zu meinem kanal im verlauf und des kanals allgemein ergeben und das dauert auch nicht lange und dementsprechend dachte ich mir an sich bleibt alles beim alten ich versuche dienstags ein video zu karten spielen oder ähnlichem zu machen und oder bringe da eben meine special unboxing videos wie immer eigentlich und falls ihr es noch nicht wusste an der stelle wollte ich das auch mal gesagt haben und am freitag eigentlich sage ich jetzt einfach mal werde ich abwechselnd was mit brettspielen und eben figuren bringen genauso wie bis jetzt üblich an der stelle und ja an sich bringe ich aber auch etwa alle ein oder zwei monate beziehungsweise abwechselnd einmal im monat alle zwei monate immer so im durch wechseln was zu warhammer beziehungsweise zu miniaturen bemalung was ich mir ebenso gekauft habe oder was euch vielleicht interessiert und zu einem thema was eventuell sonst eben aus dem rahmen fällt was man so sagen könnte und ich weiß selbst es gibt genug verschiedenen content auf meinem kanal und jetzt auch hier und an sich ist jetzt natürlich auch durch kpop der mir sehr wichtig geworden ist und auch wegen miniaturn bemalung was mir auch sehr viel spaß macht neben youtube und den anderen themen wie karten spielen und brett spielen eben dass das halt auch mal vorkommen kann sozusagen und ja ich kann es neben meiner arbeit und meinem umfangreichen privatleben aktuell und meinem freundeskreis manchmal nicht hundertprozentig garantieren dass eben die videos hochgeladen werden oder eben nicht so wie zum beispiel ja pünktlich um 14 15 wann ich immer versucht meine videos zu veröffentlichen ansonsten verschiebe ich das dann eben auf den gleichen tag auf 20 15 zur primetime falls da mal was schief läuft aber nur so und genau aus diesem grund falls man etwas schief läuft oder irgendwas nicht klappt habe ich mir heute quasi gedacht aus diesem grund genau mache ich das video denn mit dem hochladen und so weiter hat mal wieder irgendwas nicht geklappt und da habe ich mich wie gesagt so entschlossen mache ich kurz das video und nehmen das für euch auf ja genau ich hoffe ihr bleibt mir natürlich treu und schaut mir beim wachsen zu das wird mich wirklich sehr freuen oder beim bedingten besser werden meiner videos ich danke euch allen hier an der stelle mal für eure abos und eure tollen kommentare die ihr mir immer schreibt hier mal an dieser stelle auch gesagt und ich hätte gerne öfter auch nachrichten von euch allgemein natürlich ich bekomme jetzt nicht so wahnsinnig viele nachrichten aber trotzdem ist da immer mal was schönes dabei und allgemein würde ich mich da eben von der zuschauerschaft sozusagen auch etwas feedback wünschen denn was ihr gerne sehen wollt oder was speziell vielleicht zu einem video oder zu einem thema euch interessiert das ist halt einfach so mal dahin zu euch präsentieren wollen also ich wollte einfach mal euch ans herz legen schaut euch da gerne auch weiter meine videos an wie gesagt ansonsten würde ich sagen das war es auch schon wieder an der stelle macht an dieser stelle gern ein abo draus schreibt mir wie gesagt gerne in die kommentare oder in die kommentaren deck box an der stelle drückten daumen nach oben oder ansonsten würde ich sagen macht doch einfach wasser wollt wie immer und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video